und warum mein name ist dann die europäische ich bin auch wieder da mit dem mario baster juhu bei spaß wo ja das ist das ich auch nicht irgendwie anmelden oder nein wie man so anmelden weil sie nicht allein ich habe dann zu zweit gespielt ja nicht wir haben jetzt ihren zweiten controller am start also meinen zweiten controller ich habe eigentlich auch ein game controller wohl aber kann ich mir noch nicht anschließen er hat kein adapter dafür oh nein ich wusste nicht einfach ein bauch das wäre klar das hat man doch in der direct gezeigt ja ja nicht nicht so im kopf gehabt ja smash smash was war standard standard war war lassen wir sehen welche welche geilen charaktere du schon hast ich will die zeit ändern zeit löschen was okay was wollen wir machen das ist doch mal mit ultra leiste sicher doch ultra leiste aus weil zwar welche machen auf neun dann schon ich habe mich als erstes mal auf fünf gewaltig haben wohl auf die fresse bekommen ja okay ich bin der weg ist wenn wir mal als wir in der bahn gespielt haben gegen neuner gespielt im team ja mal sehr ausgeglichen immer das war sehr also die 3ds version ja genau haben wir auch einen rückweg verarbeitet gespielt alles klar machen wir einfach alles so ja auch so kannst du streichern der möchte ich doch anscheinend machen wir elf okay welches stage sollen wir nehmen und machen würde ich sagen ganz klassisch genau auch aufs schlachtfeld normal eine ja mit eisem zu heißen und man ist klar aber noch wir beide erstens ja wie soll ich nehmen dass wir den namen irgendwie so eintragen also ja da gehen wir machen wir schnell wenn immer dann wenn man so eine sprache nach wen soll ich nehmen weil ich habe eine klassiker an klassiker weil ich habe ich steuerung irgendwie noch so geändert haben wird also ich stelle bei mir immer hier die schultertasten um ich brauche nicht ich glaube ein greifen ist irgendwie bei allen ja so sind ztl ja mal m&m m&ms jeder will sie haben ich würde jetzt mal hier warten welche charaktere fehlen mir noch ich glaube palutena der blut so ja noch der finstere pitt fehlt ja auch noch ja ja cloud 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 und kennen gegen einen von denen habe ich schon wieder herausforderungen bekommen aber ich tue immer alle in der aufnahme erst beischalten also deswegen war ich mal erst okay okay kann man muss man nicht fertig ich habe gesagt gesicht aber ob ich bin jetzt immer mit mario master ex der master ex es gibt keine alpha die tarte bombe vor der wäden und eigentlich so nach oben springen das gibt es nicht ich wusste ganz genau ich habe gesagt smash okay wie kannst du es wagen und da oben fliegen nicht nach unten und jetzt stirbt das war cool nein 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 da war wehgetan er gibt mit den letzten teilen morgen wird aber zackig ja ich will das letzte teil haben gibt mir das letzte teil aber doch schon zwei ich habe die jetzt ich habe die anderen beiden teile und ich habe einen teil verloren wieder zwei teile weg das war ein bisschen zu beid ich habe gewonnen wenn man gar nicht eine blätter oder so weit gesehen ich meine blätter gegen die ein gewonnen ich habe so ich hatte sowieso gewonnen ich bin geil ich bin blau und du bist du pink ich bin weiß und peng war jetzt warum denn jetzt dagegen aber okay ja du musst den bekämpfen was gewonnen wer du verlierst und ja kein druck machen aber so von den kriegst irgendwie ein meilenstein irgendwie ich wollte die ganze zeit freischalten ich weiß und den krisen meilenstein bei den boden spieler 98.000 punkte bekommen habe ich schon gekommen ich habe schon die hälfte aller meilensteine ja natürlich kriegt sie irgendwie als letztes oder irgendwie so war ja politik als letztes bekommen ja auch als letztes genau ich denke ich ist natürlich auch einsteigen trotz mich an es weg da hat man hat mein sägeblatt geworfen war schon zu kämpfen mit bitteschön habe ich nur für dich getan dankeschön nice snacks panzer welches schick ich habe keine ahnung der mit dem stoffen auch nein blau ok neue runde natürlich du darfst entscheiden ich bin ein besonderer fan von dieser ohja mario wie nehme ich denn mal auch ich weiß für den link da kommst du mit der klar ist ja klar ich bin link ist mein main der wird zu meinen mainz tatsächlich ich weiß ob ich richtig scheiße ist er ich kann mit dem nicht spielen weil er kacke ist ich habe ich musste mit dem 100 hast du 100er smash machen und habe dafür aber auch gleichzeitig drei achievements bekommen und dann hatte ich im kampf gegen chrome und habe folgen habe auf die fresse bekommen aber dass das nein niemals ist das ja nicht stillgehalten warum denn jetzt schon so früh hat er lassen wird wie auf nahe mit dem bad auswahl und nice da wie wir er voll um per hoho aber das ist daneben der ding ist ein bisschen zu groß war ich habe leute ich sage es nur ein riesigen drachen in einer seite hat es ja genau schiebt alles schuld auf den drachen ja 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 mal die er in der hand überhaupt nicht um sieg so schön und noch nie gespielt glaube ich also ich schnappe ich mir kinky ruckan ja gut so war endlich grill die schicken da jetzt aus den anderen schicken da jetzt habe ich es auch recht drauf wie greifen ja in die fresse meiner ich habe mich gerettet der typ habe ich schöne luft gehalten meine krone hat sie mich wegwerfen kommen oder eine krone ok echt jetzt hier bieten nein scheiße ich bin ja ja okay danke schön hier schwarzes noch mal rein hier mein kohle hier feuer da gibt es sich so er macht das ding noch ein junger und hat sogar nicht aufgesammelt nein mein ding ist auch weg dadurch ja das hat sich nicht gemacht und und aufgekontert kacke ich meine sie sie geht an den schlechtsten lorten im fahrer okay ich darf jetzt auswählen ich nehme die moränen türme ich werde mein charakter wechseln okay machen wir den kampf du bist das inkligen mädchen natürlich in der jungen und der mädchen ist viel besser nix darunter mini ok bringt sich so mal was cool ist ok stellen warum sagt er nicht ja ich habe jetzt mal ja auch juhu ich habe noch mein ding seien jetzt meine rettungsbuch habe ich noch eingesetzt er hat wie sechs bombe werfen jetzt kann ich ja auch nicht klar ich bin entling von der coole entling ja du willst mich ja verarschen da muss ich schon früher aufstehen werden will mich damit erwischen welts wo ist dir das ding machen fängt mich ein ja es fängt dich ein du hast geld sind jetzt ist es weg jetzt hast du es verärgert was auch mal ein leben verlieren habe ich nicht vor was ich glaube du hast doch vor noch ein leben zu verlieren da stehst du doch aber aber wer war next naja 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 ich bin einfach so gut für die welt und dann und dann ich mein ist da wo 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 ist da da in ich so ich jetzt die blöde kuh wird noch aufgeholt ja scheiße hallo tschüss nein ok wird mein baseball schwer ja ich sage so irgendwie junge hat drauf ja aber es ist meine weibung auf mich manchmal ist ein tempel schmutzig mit farme ich war letztens wieder gespielt ja und weiß nicht wieso das spiel ist verdammt schwer auf den höheren schwierigkeitsgrad ich weiß du verlierst ist ein charakter für mich hallo sie ist dumm gefällt einfach aus diese juhu politenland was ist dann noch mal auf okay nehmen wir jetzt mal dann komme er nämlich immer ich weiß im youtube wie wir sind echt so ausfechten ich denke mal irgendwie cario ist irgendwie so mutter 2.0 irgendwie mutter rausgekommen ist und karies gekommen warum haben sie sich die baum haben sie eigentlich durch die ersetzte beantwortet mir das wasser der was ewig habe stahl aus stahl mann wieder weg gibt es einfach nicht ein gemeiner schnapper los töten ich werde mächtiger ich bin das mächtigste pokémon der welt bild sich hier aber ich habe ein kuba nammer bruder okay und holt mit zacken irgendwie so gefühlt ja hoffen dass du uns gegen mich zu machen nein halt aber was hat denn explosion explosion in deinem vettel hat schon wieder eine mülltonne ich hab gewonnen ich mir sorgen machen da draußen die polizei vorbei wir sollten mal eben rausgucken was es ist und mein ja ok der suche ja nämlich nach den kauf pennsylvania link aus pennsylvania irgendwie so jemanden der irgendwie jetzt auch wenn die mies irgendwie so ein begrüßen bei street passen ja da hat jemand irgendwie ein charakter gemacht sich ausgeliehen war dies long er sagte einem long aus pennsylvania was auch immer du da tust lass es sein metroid geht es jetzt nicht weg wollte ich gar nicht machen und er hat schon wieder hier meister hand sachen so bleiben sie lange bis sie sie kaputt gehen oder was irgendwie schon von der nach dem fall schaden so gesagt was denn ich habe darüber lebt was wie jetzt auch mein power abklauen ja natürlich da war ein falscher dabei meiner ne 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 tschüss gut was man da sicher star man stabiliert tschüss war er schlägt wo sie dir ja genau kommen rein rein alter aber das zu kommen also kommen und gibt es auch nicht nur jäger nein wir sind natürlich nicht haus hoch von ja ich habe ihn gerufen ich schieße sich und dann wird man ab das ist ein punkt in ruhe das richtigen hallo wie sie haben aber hat kurz flamme eingesetzt und was hat nein ich habe mich immer auch versteck und da pfeile abgefeuert richtig feiger typ ja das waren kämpfe ja und er zwei neue charaktere die ich ihm besorgt habe ja ich glaube ich auch direkt noch irgendwie ihr ausforderungen wieder machen ja was war ich habe glaube ich hier noch welche restlichen auch noch bei schalten ganz schnell da kommt schalten wir noch mehr frei und die weitere modik darf okay jetzt wegen was den befehlt noch fenster ab da findest du noch das finstere lockt genau in the ground die glaube ich mal irgendwann zu pitt gesagt echt jetzt jetzt irgendwann mal irgendwie dinge sie als sie irgendwie gefällt dieses feld den feld boss irgendwie gedisst hat ja weil die lecker monster trucker something ja weil ich von ihr bilden wollte die user post wie ihr holen in the ground wo ich bin ich so fit das bild mit anheit und natürlich passt man kann da immer nehmen bis das film überhaupt sagt ja das ist was ist so mega geil wenn das thema was sagen ich möchte dazu spanisch an fit spanier da fit spanier können sie sein hier oder aus oh mein johann wird er macht mich also nein weitere macht sich fertig jetzt machen wir warten im moment sagen ich nicht so gut mit mit peter war noch verfassend sein es ist cool das ist cool ich mag noch einer cloud zwei eigentlich jetzt der und dann noch einer dann müsste halt eigentlich gewesen sein cloud ich bin aus freundlich die sieben warum jemand mit einem riesen schwert also kämpfe in die einer besten reihen mit einer anderen besten reihe jetzt sind sie sagen so my friends weil ich dort gibt es mit einiges anlass ich war einfach so aggressiven wie möglichen töne geben damit wird man automatisch besser mit eigentlich gewusst ich hatte nur ein bisschen einfach nur sagen warum hast du mir erst mal gegen cloud so verkackt habe ich ja nicht ich tue absicht tue absichtlich verlieren damit ich dann eine aufnahme halt machen also jedes mal ein neuer gegner kommt stürzt mich von der klippe aha dann warte ich halt in der aufnahme halt natürlich jetzt kommt der schlechteste charakter überhaupt was kennt er soll ja mal am scheiße sein dann kennst du mal ihr könnt ja wegen dem trailer dieses thema ich habe ja nicht viele klassiker früher in der super nintendo gehabt aber street weiter war eins davon ich hatte nie eine super nintendo gehabt meine erste konsore band mit 64 ich habe super mario und street weiter zwei waren die einzigen klassiker nicht hatte sonst hatte ich irgendwie noch zwei fußballspiele wie so ein paar ranger kam spiel und da war es eigentlich mit bauern sie kann ich mir war dann eigentlich nicht ja so nix mario kart oder irgendwie so was sie rausgekickt was kennen rausgekickt da gibt mir alle kämpfer freigeschaltet geil also gut gemacht ja ja noch nicht beiden wie es noch mehr ja kannst du ja im nächsten partei stellen oder gleich offscreen was an diesem war eine karte wurden freigeschaltet jetzt geht es jetzt richtig los ja jetzt geht es richtig los leute und wir lassen uns für nichts mal nochmal einfallen ja 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 gut bis dann und schau nh doch ja 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 Untertitelung. BR 2018